So Freunde der Nacht, Willkommen zurück bei der Witcher. Haha, ich habe mich entschieden, ich werde mal nach rechts gehen. Und, ach, da komme ich doch her. Ach, ich wollte auch ein anderes rechts benutzen. Also hier war das da, hier war das, hier wollte ich hin. Da ist mein rechts. Die Gruft, neue Region. Da trainieren sie schon. Jetzt kann ich mich schon wieder entscheiden, wenn ich will. Gehen wir erstmal hier lang. Korridor. Aha. Gefährlich, gefährlich. So, dann nehmen wir mal das mit hier. Schauen wir mal da in die ganzen Ecken. Da ist nichts. Ja, dann gehen wir mal hier rein. Ach, da geht es auch nicht weiter. Oh, da wird es ein bisschen kritisch. Dann nehmen wir mal lieber schneller Kampfstil. Ich denke mal, der werden gleich die anderen auch kommen. Au, jetzt reicht es aber hier. Jetzt sticht er mich hier einfach in den Rücken. Er hat ne Chanko oder was ist denn das? Schnell weg. Äh, schneller kann es hier. Ne, hier geht es doch richtig ab, ey. Okay, hier hätten wir mal. Zwei hier, Kameraden. Schauen wir mal, was die dabei haben für mich. Nur gute Sachen. Boah, ich muss glaube ich mal ein bisschen was fressen, da von dem Zeug, was ich hier habe. Okay, komm her. Ja, kommt her. Kein Problem für mich. Äh, schnell weg. Komm, boot, boot, boot. Ja, kein Problem, ah. Ich fahre auf die Glocke hier. Ja, ich fahre auf die Glocke hier. Aber dann auch mal. Schauen wir mal, wie viele jetzt kommen. Ah ja, das sind ja nur noch ein paar. Komm her. Das ist, äh, da kann ich Gruppe machen. Das ist am besten, oder? Drei Gegner. Auf jeden Fall. Beste Lösung. Ah, einen liegt schon. Jetzt machen wir hier starke rein. Aber das Schlag geht schon dreckig ab. Wow. So, die liegen auch. Wo ist der? Wo ist er? Da. Der liegt schon im Boden drin. Äh, da ist noch einer ein Abzeichen. Dann da ist noch... Äh, Moment. So. Oh. Okay. Bevor ich weitermache, muss ich erstmal hier ein Olivenglas öffnen, weil meine Freundin hat keine Kraft. Oh, bitteschön. Danke. Okay, und weiter geht's. Ähm. Äh, ja, okay. Jetzt kommt wieder ein Gegner. Jetzt haben wir mal einen starken Hammer drin. Äh. Boah, der spritzt aber das Blut bei denen hinten. Das ist echt nicht normal. Okay, hier gibt's keine Kiste. Hier gibt's gar nichts. Okay, wir kommen von der Seite her, oder wie? Komme ich hier? Jetzt bin ich im Korridor. Wenn ich hier rüber laufe. Was ist hier? Da sind wieder ein paar Gegner. Drei Stücke, ne? Oh, 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 oh. Schnell. Hierher. Okay, passt ja. Boah. Was ist der für ein Move? Oh, 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 oh. Da essen wir mal lieber kurz. Was? Ob es das falsche Knopf findet? Was haben wir denn dabei zum Essen? Ein Fies. Ein toter Fies hätten wir. Gut. Alles nehmen. Gibt's hier was zum Blündern? Käse. Kann ich aber nicht mitnehmen. Da muss ich erstmal was essen. Kleiderschrank. Schauen wir mal, was da drin ist. Da brauchen wir mal. Da brauchen wir den Schnellen bei dem hier. Ey, ich hinge fest, ey. Alter. Boah, ich hoffe, ich komme hier raus, ey. Weil ich hinge grad voll fest und die prügel auf mich ein. Das ist gar nicht gut. Warum und schnelle rein. So eingeengt zu sein. Ey, z. Oh Mann, da muss ich erstmal was fressen, Alter. Schwede. Okay. Gut. Wo ist Nahrung? Nahrung, Nahrung, Nahrung. Ich brauche Essen. Da, hier. Brötchen. Hau rein. Nimm auch gleich den Käse noch mit. Kann ich dann? Nein, ich will den. Den Käse. Käse. Ich glaube, man kann mehrere Sachen futtern, ne? Ja. Jetzt regeneriert das, glaube ich, etwas. Das regeneriert gar nichts. Wieso regeneriert das nichts? Eieieieieieiei. Was war da vorne jetzt noch? Schauen wir mal. Da sind wieder Gegner. Dann gehe ich lieber noch mal in die Richtung. Ich sag mal. Vitalität, Regeneration. Beschleunigt früher die Regeneration der Vitalität. Ja, super, aber irgendwie geht da gerade gar nichts. Da sollte ich vielleicht noch mal irgendwie ein bisschen was fressen oder so. Irgendwie verlaufe ich mich gerade ein bisschen hier. Ne, hier war ich schon, oder? Ja, ich glaube, hier war ich schon mal. Ja, da vorne komme ich ja her, oder? Boah, jetzt habe ich mich voll verlaufen. Jetzt, Moment. Ey, wie kann man da so verballert sein? Jetzt muss ich jetzt noch mal was essen. Einmal Tata. Einmal so Kuchen. Okay, hier sind so Räumchen. Chemiker. Ah, die sind... Meine Eier, Junge. Meine Eier. Ähm, Holztruhe. Wow. Da ist aber viel drin, ey. Du kannst sagen, es wird der Hundevertrag. Totengräber aufsuchen, um meine Belohnung abzuholen. Okay, das würde ich dann auch tun. Kann ich nicht mehr mitnehmen. Außer ich esse vielleicht noch mal eine Kleinigkeit. Äh, noch mal so ein Stückchen Honig. Okay, kann ich da mal eins essen, irgendwas? So ein Hähnchenschenkel. Ah, oh, jetzt geht es schon ein bisschen schneller. Ich kann mehrere, also drei Sachen, glaube ich, war es maximal, was ich fressen kann. So, dann rennen wir mal mit so einem Chemiker. Mal schauen, was die uns zu sagen haben. Okay, der hat keine Zeit. Der hat keine Zeit. Die wollen eigentlich gar nichts von mir wissen, gerade hier. Finde ich ja ein bisschen schade, ne? Okay, dann würde ich sagen, geht es hier rein. Und hier. Ja, ist doch okay. Äh, du bist ein Starken, gell? Na, komm mal her. Ähm, Hilfe. Weg. Nicht so weit. Nicht, dass da noch Gegner kommen. Voll die Groove, Mann. Ja. Da ist noch ein Feind. Ist da noch mal einer? Nee. Aber hier, der will schneller Kampfsteal. Boah, der kippt jetzt erst mal in die Fresse hier. Ihr wagt es, die Salamandra herauszubongen. Ja, klar. So. Überreste. Hab ich eigentlich den da oben geplündert? Ja, ich hab den geplündert, ne? Komm, mal ein bisschen was buttern. Einmal. Dann ist er noch sowas. Na, komm. Und, ich glaub, drei Sachen waren es, wo ich gekästen konnte. Ja. Nein, das verfällt dann. Okay. Hab ich den geplündert hier? Ne, hab ich nicht. Ja. Immer besser, wenn man noch mal schaut. Halt. Falsch, das D. Ah, ne Kiste ist da oben. Da sind noch mal zwei Aufpasser. Ja, gleich wird's nicht mehr langweilig, Junge. Hier gibt's nichts mehr. Ich denk mal in der Truhe da oben. Kann ich mich umziehen? Ah, lalalala. So. Klappen wir mal die zwei noch hier weg. Ah. Oh, falsche Taste. Naja, das passiert ja immer wieder. Ich brauch nur das Geld, aber es ist scheißegal. So, und jetzt kommt die Truhe. Na, schauen wir mal, was da drin ist. Aber, ihr wollt bestimmt wissen, was da drin ist. Doch, ich verrate's euch in diesem Part nicht. Wir sehen uns gleich im nächsten. Bis dann.